herzlich willkommen zu einer neuen folge ich würde sagen team klingt besser weil es sind ja hier teams team zur zweiten folge ich habe endlich das lag problem weil ich bin ich bin ein idiot manchmal ich bin manchmal wirklich so ein idiot ich habe mal was ausprobiert da habe ich das dann eben die die auflösung umgestellt und dann habe ich eben vergessen dass wieder umzustellen darauf kam halt dann ding ist ob es nicht klar deswegen hat es geruckelt jetzt läuft wieder flüssig weil jetzt habe ich es wieder umgestellt irgendwie schlecht irgendwie gut ich meine das gute ist jetzt daran jetzt wissen wir wo der fehler lag jetzt werden die nächsten videos auch flüssig wieder jetzt weiß ich dass die nächsten videos auch flüssig werden das ist schön und ja das schlechte war eben ja gut letzte folge noch ein bisschen unflüssig aber egal dafür ist die jetzige folge wieder für sie alle nach die danach kommen auch wieder wir machen weiter genau was ist unser heutiges ziel du holst du eine eisenrüstung ich hole mir erst mal eine eisenrüstung das würde ich auch sagen in der tor liegt eisen und wir kriegen nachrichten über das gott irgendwie was ist gott kriegt also schreiben die über das gott weiß ich nicht gucken also auf jeden fall irgendwas bin mit ihr immer und das ist definitiv bei mir das gott ich kann ja mal gucken ich habe jetzt eine eisenrüstung das ist gut soll ich mir gleich noch ein schild machen macht alles gleich das ganze eisen was ich mir gegeben habe ich mach mal ein schild warte ich glaube ich weiß wie ganz oben eisen und dann ringsherum ja genau so habe ich mir schon gedacht lapis habe ich hier noch ich muss hier mal alles in die truhe werfen also ich habe auch jetzt eine eisen picke ich mache mir mal ein eisenswert ich mache mal alles so ein bisschen eisernen krieg das wichtigste und worten ja mal ein bisschen was ich habe besser was von den ersten rausgenommen das getraten ja ja ich habe ich habe also ich habe gerade noch genügend essen das heißt ja ich auch soll ich noch mal eingehen oder wie steht es jetzt ich weiß dann ja ob du noch was brauchst brauchen wir noch was hast du noch was das ist ja wenn ich hier kurz mal was schöner machen es ist mein dorn im auge jetzt ist es schöner okay auch wenn ihr im platz da ist es tut mir leid baum aber du musst gefällt werden auch wenn ich ihn eigentlich lieber ich hier lassen würde wollte wollen würde er muss weg auch komisch warum dieses haus zwei eingänge hat die haben sich schon wieder teleportiert hast du den op weggenommen warte ich habe ich habe den op weggenommen ich habe den jetzt op weggenommen ja das ist ja schon das zweite mal ne okay wir haben neue wir haben neue ah ne doch nicht oh schade ich hatte gerade zur offnung übrigens misi dein zweiter eingang hier ist eigentlich kein eingang das ist eigentlich dafür da dass man hier angeln tut ach so deswegen war das nicht ganz übergebaut hat er jetzt zwei eingänge ja gut der server ja gut okay soll ich jetzt noch mal also was machen wir jetzt was hat das jetzt vor was hat das jetzt geplant ich würde sagen wir suchen uns erstmal unser grundstück früher so ohne wollen wo wir sie bauen wollen kannst du dich hier komplett umgucken wollen wir zusammen im hausbund oder bei den hausbauen weiß ich nicht was du meinst schreib mal da ist dann nicht jeden teleportieren soll oh hier ist ein baby pferd oh süß davon muss ich davon muss ich mir jetzt oh jetzt habe ich gleich ein thumbnail muss mal schreiben die haben richtige zelte und so drüben bei der festung ja ja die haben da zelt und so wollen wir die angreifen weiß ich würde die nie angreifen ich ich ziehe mir jetzt das pferd ah ne ich habe keinen sattel okay ich ziehe mir das war ich ja nicht irgendwo ein sattel ja ich habe einen sattel in meiner kiste hab den aber vergessen das wenn man nicht machen wir sind bei 5000 ja kann ich schon mal von uns zu weit entfernt ja gut dann sind die weniger eine gedrohung das ist schon mal gut also ich habe jetzt ein neues pferd wie soll ich das nennen gebe ihnen mal wieder op zurück wieso nein diese 5000 blöcke kommt dass das nicht so gemein ist op oh hier sind in der nähe ist eine savanne ja gut weil die 5000 weil die 5000 blöcke okay dann dann will ich mal nicht so sein ja damit die in unseren hier sind wenn das jetzt kommen so 300 blöcke oder so dann hätten wir das auch laufen können aber 5000 ja was soll ich denn jetzt machen also die finden kein dorf ja wir haben schon gleich in den ersten zehn minuten nicht mal in den ersten zehn minuten 2 baby zombies was ist das denn hier für ein überfall schlafen junge ich werde von den baby zombies überfallen und der will schlafen was von den baby zombies überfallen bei mir sind zwei baby zombies ne server tut sie legen ist das mein pferd ja wie kann ich aber nein okay 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 ich gehe ja schon ich gehe ja schon ins bettchen ich habe ja gar nichts gemacht gar nichts gemacht aber wenn ich rauskriege dass die keine 5000 blöcke tue ich schwöre dir die kriegen die kriegen bahn ooooh nein nein was ist ooooh da ist ein creeper genau auf dem bett gespawnt und ich war neben dem der wäre fast exploded scheiße ich gehe schnell in den haus ooooh ähm sorry dorfbewohner aber ich muss mal kurz hier schlafen kannst du nicht schlafen ähm es geht nicht schlafen es sind keine also zu viele monster an der näher es tut mir leid oh die haben ein Dorf gefunden sollen wir denn jetzt sagen dass wir ein Dorf schon haben ich habe gesagt wir was wer sagt dass wir im Dorf sind die haben so gesagt ihr habt schon ein Dorf gefunden ich habe dann blöd gesagt wer sagt dass ich ein Dorf habe mhm was sagt das die sind überall creeper ja kannst du die mal entfernen ja nicht wahr wurde vom eisenrohle mal geschlagen einer ist ähm ähm was war das das war der creeper wo ist der explodiert und ein lag ja genau beinahe nein 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 ich habe es alles aufgesammelt achso ok schlafen 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 ich kann nicht schlafen alle jetzt please nein ich explodieren ich habe es das erste was wir machen werden ist eine Mauer hier ja wir müssen wirklich hier wenigstens einen Zaun bauen pokk 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 komm schlafen ich schlafen ich schlafen ich schlafe dein Bett wurde weggesprengt oder mein Bett oh nein das ist nicht dein Ernst ja wo ist meine Truhe gute Frage nächste Frage wo deine Truhe ist hier sind so viele Sachen drin gewesen ach du willst mich doch schlafen ich habe alles achso den ganzen Inhalt habe ich ach geil nur deine Truhe nicht ja komm 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 Klaus Fan komm Klaus 2.0 greif sie an gut gemacht ich dachte der greift dich grad an ne ne hab nix gemacht hier alles junger strecken hast du noch dirt ja in deiner Truhe ist dirt in meiner Truhe ist dirt auch gut könnte auch mein dirt sein aber weil ich geh dirt farmen ja geh mal bitte dirt farmen ja geh mal bitte dirt farmen jojo ich ich reparier daweiler alles hier so wollen wir anfangen an erstmal nur ne Holzmauer ziehen äh mach ja zur Zaunmauer reicht erstmal so eh schon dass es so schön aussieht ja da eben Holzmauer ist mir doch egal wie du das bauen würdest ich brauch erstmal Holz wir brauchen hier bald mal Zäune sind hier noch Zäune ja gut hey hier muss natürlich alles schön im Dorf eingerichtet ah jetzt weiß ich wozu die Slaps da sind ähm jetzt hier fehlt noch genau ein gelbes siehste so jetzt hab ich den Stand hier auch ah hier fehlt auch noch äh ah ne das ist ah ne das ist normal oder ach ne generell vorne ist auch nix ah ach ne da fehlt hier ja noch generell Wolle das ist scheiße ich kann Wolle hier holen bei mir sind grad Schafe ne ne ich hab auch grad noch Wolle glaub ich oder ja so ich will bloß ich will bloß das Dorf verschönern wir sind wir sind ja gute Menschen wir wir lassen ja nicht äh ne ja ich will da weiss im wir das ist Ach, hast du schon zugemacht? Nee, ich hab schon zugemacht. Hast du auch das da unten zugemacht? Ja. Okay. Ich hab alles ausgefüllt. Nicht, dass da so ein freier Raum ist. Nee, nee, ich hab alles. Ich hab hier auch das hier schön gemacht. Also ist das hier alles schon wieder schön. Ich hab keinen Cobblestone. Alter, wie arm bin ich? Ich hab 56 Cobblestone. Gut, können vielleicht auch von mir sein. Ja, glaub ich schon. Okay, was soll ich jetzt machen? Soll ich ein Mining? Ah, nee, wegen Haus bauen wollten wir erstmal gucken. Genau, wir wollten erstmal Grundstück suchen für Haus. Wollen wir erstmal zusammen wohnen oder? Jeder einzelne Haus. Das können wir machen, ist mir egal. Dann wollen wir jetzt zusammen. Okay. Ähm. Wollen wir so außerhalb des Dorfes oder innerhalb des Dorfes ein Haus bauen? Außerhalb. Innerhalb werden die Dorfwohner alle unsere Berufe so annehmen, von denen wir Tische und so haben. Okay, aber weit außerhalb oder relativ nah drin? So, dass wir es noch sehen können, auf jeden Fall. Okay, ich weiß schon mal, was ich jetzt mache. Ich tue hier Erde abbauen und dann tue ich hier diese Schlucht so ein bisschen füllen, weil damit das... Und dann machen wir so einen kleinen Eingang so mit einer Leiter runter. Äh, achso, du baust hier gerade. Weil sonst ist das, sonst sieht das nicht schön aus. Wollen wir... Äh, willst du schon mal suchen? Äh, da hinten auf dem Hügel wohnen? Hinten, wo? Warte, wo bist du? Da. Äh, komm. Hier erinnert ihr? Da haben wir doch schönen Hügel. Wollen wir da drauf wohnen? Äh, das können... Können wir machen, ja. Oder wollen wir irgendwie... Dann wollen wir jetzt einfach mal da drauf. Okay, ja. Du baust Haus, ich, äh, tue mir was für die Schlucht einfallen lassen, ja. Ich baue jetzt noch nichts. Nee, aber markiere schon mal so... So ein Schild hier. Wohnen, äh, Belohnen, äh, Belohnen, Box. Mhm. Weil ich will hier unbedingt diese Hürde so ein bisschen schöner haben. Weil, äh, diese, diese Schlucht so, weißt du, das... Weil, wenn da... Weil, wenn da einfach im Dorf so ein... So Schluchten mag ich. Aber nicht, wenn die direkt im Dorf sind. Ja, wenn die so ein... Das ist das... Die verunstalten das Dorf. Also die hier jedenfalls. Keiner wurde vom Reisen geholt, der war schon. Ja, auch schon dreimal. Ich bin in die... Ich bin noch ein... Oder bin ich gestorben? Doch, einmal bin ich gestorben. Du bist schon gestorben? Ja, einmal, äh... Mutwürdig auch. Ne, zweimal tatsächlich. Einmal mutwürdig und einmal aus Versehen. Aber ich bin noch nie... Äh, ich bin noch nicht so richtig wie... Also ich... Hab noch am wenigsten Tote von euch. Von allen hier. Ja, ich hab nur zwei. Äh, gut. Okay, aber einige sind schon mehrmals gestorben. Äh, also... Team Dock ist so viel gestorben. Wenn wir Glück haben, wird vielleicht bei uns auch noch so ein Händler spawnen. Stimmt, stimmt. Und dort stehst du dann Line. Ja, jetzt hab ich ein Pferd. Wie soll ich das nennen? Schreib mal in die Kommentare ein paar coole Voter. Ähm, coole Namens. Ferdinand? Ja. Schreibt mal in die Kommentare. Ferdinand oder andere Namen? Wenn ihr andere Namen wollt, dann schreibt gerne Namen in die Kommentare. So, Ferdinand ist... Äh, nee, nicht Ferdinand. Mal gucken. Vielleicht heißt er Ferdinand. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. So, äh, ich tue das hier erstmal so ein bisschen auswählen. Gut, was mach ich dann? Soll ich dann schon mal anfangen mit Haus bauen oder wie? Nö, kannst du mal die Werbung angucken? Achso. Haus bauen würde ich heute gar nicht mal machen. Will ich dann morgen erst machen. Äh, für den Waffenschmied wirst du so einen Schleifstein brauchen. Ach, einen Schleifstein. Mach ich erstmal einen Schleif... Wie macht man einen Schleifstein? Du brauchst dafür... Ähm, Stein. Also, ganz normal ist Stein. Ach, muss ich das erstmal dann brennen oder was? Ja. Okay. Du musst Kopfstone erstmal brennen. Oh Gott, wie macht man das nochmal? Ich baue das so selten. Ich glaube das sonst immer. So. Wo ist eigentlich Ferdinand? Äh, der war so Richtung Kügel, habe ich ihn zuletzt gesehen. Ah, hier. Wie bist du hierher? Ein Schleifstein. Guck kurz mal. Oh, nein. Nein, unser Klausi, der hat schon ganz schön viel was abbekommen. Unser Klausi 2.0. Der andere Klausi 3.0, der hat nur nix abbekommen. Okay. Macht bestimmt nichts. Er macht nix. Faules Sack. Nein, Spaß. Gibt es da nicht ihre Crafting-Rezepte? Dreck. Müssen wir testen. Ähm, Steinsäge? Was macht Steinsäge? Äh, das ist so für dem. Also, Terracotta. So, jetzt habe ich es. Ich google mal. Stimmt. Danke, dass du mich erinnerst. Ich habe davon ein Foto. Von dem gefahrten Rezept. Hm, Steinsäge? Ja, hier. Das baut man. Wo habe ich denn das? Ja, mit Stein. Mit, mit, äh, Holz. Bretter. Zwei, zwei Holzstöcke und einer Steinstufe. Eins, zwei, drei. Ah, so. Okay, wir machen erstmal unseren Waffenschmied. Ähm. Müsste ich eigentlich sogar alles haben. Oder eben auch nicht. Ich schmerz ja schon. Ich mach das. Ich kann es machen. Ja, ich, ich kann das auch machen. Ich brauch für Spiritsbettel. Dann mach mal den Ofen. Mach mal den Ofen. Aber ich habe jetzt schon Steinstufen. Ach so. Das ist scheiße. Mach ich gerade. Okay, nee, dann mach ich den Schmerzofen halt. Ja, dann hole ich noch. Dann muss ich das so hier machen. Ein Holz. Dann brauche ich einen normalen Ofen. Ey Pferd, du stehst mir genau im Weg. So. Lass Pferd ihn dann in Ruhe. Na hallo. Ihr Geist. Auf welcher Seite stehst du? Wir haben uns ja gar nichts getan. Okay. Ähm. So. Ja, okay. Ich habe einen Schleifstein. Also wir haben jetzt einen neuen Baum. Das ist der Holzbrettbaum. Der was Baum? Der Holzbrettbaum. Ja. Und den zittern Namen konntest du ohne ausdenken. Ja, der hat halt ein Holzbrett unten als Ersten. Warum? Ich hatte kein Holz mehr. Aber ich hatte ein Holzbrett. Können wir die hinmachen? Ähm. Der darf hier erstmal hin. Mach den nebeneinander, würde ich sagen. Aber dann müssen wir einen seinen Beruf klauen. Ne. Die werden, glaube ich. Oder? Wer ist der? Ne, ne, ne. Wenn die einen Beruf haben, dann machen die nichts. Junge, wie viele von denen haben wir? Ja, ich weiß nicht. Wir haben ein bisschen viel. So. Hä? Eins, zwei, drei? Einer hat jetzt seinen Job verloren. Hä? Das ist der Gute. Ich würde von den Ledermännern das machen. Ja, aber... Ne, das waren Fischer. Du hast einen Fischer gehabt. Und was haben die Ledermänner? Ne, Leute, hier sind welche, die haben gar nichts. Ach, das ist der, das ist der, das ist der eine Fischer, der jetzt... Das ist der Arbeitslose. Der Arbeitslose. Warte mal, äh, das heißt, der kann... Warte mal, gib mir mal den Schleifstein. Nein, warte. Der kann nichts, der kann nichts. Der kann dir nichts. Den kannst du umbringen. Ah, okay. Ne, dann krieg ich Ärger mit Klaus. Der kann gar nichts. Der kann mir gar nichts. Sicher? Jaja. 100% sicher. Der kann mir gar nichts mehr. Hier ist der andere Fischer. Okay. Aber wie, 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 wie können wir denn jetzt... Okay, Lennox geht auf. Wie, wurde gespeichert? Hier, Dingens. Äh, was haben denn die Ledermacher für, für einen Job? Also, äh... Das, was ich gerade abgebaut habe. Die Kessel. Ach, die Kessel. Aber jetzt müsste es mal Tag werden. Das... Okay, Mr. Shulgyman hat das Spiel auch verlassen. Ach, der ist arbeitslos. Der ist genau vor seiner Fresse, ey. Du darfst das nicht so genau vor seiner Fresse, ey. Nein. Ja, mach's auf Tisch, mach's hier. Oder hier so. Und es muss jetzt erst mal Tag werden, Reintürtisch. Hat der? Ne. Es muss Reintürtisch erst mal Tag werden. Ja, dann müssen wir es. Es sind ja sowieso nur noch zu zweit. Echt? Ja. Ey, ja wirklich. Lass ich pennen. Ja, dann kann ich ja heute noch weiterspielen dann. Und? Ne, warte mal. Ja, ich mach's mal kurz. Ah, der hat jetzt... Der hat jetzt den Schmied erlernt. Weiß. Oder? Ja, gut. Das lohnt sich halt noch nicht, ne? Aber... Was hier? Lohnt sich halt überhaupt nicht. Warte mal. Ich will mal, dass er den anderen erlernt. Ist der Obdachlos? Jetzt hat er den anderen. Der Obdachlos. 15 Kohle für 1 Maragd. Ey, das ist actually nice. Warte. Das ist besser als der andere. Oder mit 20 Kohle, glaube ich, hatte der. Ist der Obdachlos? Wer ist Obdachlos? Du hast so gefragt, ist der Obdachlos? Echt? Ja. Ich meine natürlich, ja, aber ist los. Ist der Obdachlos? Hä, warum behalten die die ganze Zeit die Berufe noch? Haben wir noch mehr von denen? Ach, wir haben noch mehr von denen. Hä, aber wo kommen die denn jetzt auf einmal her? Was? Digga, warum haben wir so viele, äh, Dings? Ich hoffe, wir haben noch. Ja? Vor allem, wo ist, wo ist die andere Hälfte? Das Dorfmitte. Hä, aber wo sind denn jetzt die anderen hier? Wir hatten doch mal mehr. Also wir hatten doch mal noch andere mit anderen Berufen. Ja. Die denn jetzt sind? Nein. Doch, wir hatten doch mal noch einen Fischer und so. Die sind hier. Der Fischer ist hier so. Bei mir. Ey, die treiben sich übelst weit außer dem Dorf. Ich hab da hinten mal einen gesehen. Wir haben jetzt alle ihre Jobs, die sie haben müssen. Ja? Ich weiß nicht mehr, die nur noch werden. Ja. Okay. Der ist der Rüstungsschmied und der ist Waffenschmied. Ah, hier ist, hier ist, hier ist dieser Fischer. Genau. Ah, nee, das war der scheiß Fischer. Wir haben noch einen anderen für einen guten Fischer. Ah, der ist hier. Ja, genau. Der hat 2-10 Kohle. Ah, nee, der ist so. Der, der tradet sogar noch besser als der andere. Der hat 2-10 Kohle und der andere 14. Äh, 15 meine ich. Aber wir müssen die erstmal upgraden. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen. Digga, hier brennt es die ganze Zeit Stein. Das ist nicht gut. Wieso brennt hier Stein? Äh, keine Ahnung. Ich geh mal kurz Kohle warm, ne? Mach das. Ähm, wo ist unser Eingang? Scheiße, ich hab den zugebaut. Ah, ich hab ihn gefunden. Also, wir merken uns, wir sollten den nicht mehr zu bauen. Wieso baust du ihn zu? Ich baue ihn dann wenigstens ins Holz zu oder so. Wie das schöner aussieht. Ja, aber ich hab keine, ich hab keine. Bin zu arm dafür. Bin zu arm dafür, ich hab keine. Okay. Kohle mitnehmen. Kohle, 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 Kohle. Du hast gesagt, du hast noch so eine Amethyst-Höhle gefunden. Wo ist denn die? Äh, tief unten. Einfach, du findest da drei Stück. Ich hab drei Stück gefunden. Einfach runterbauen irgendwie. Oder beziehungsweise immer einen Gang folgen. Ich hab mal ein bisschen irgendwo eine finden. Ich hab von den drei Stück gefunden. Oh, hier ist Eisen. Gut, ich hab alles. So. Jetzt brauch ich Kohle. Jetzt find ich wieder nur Eisen. Es gibt so Momente, wo man so richtig krasse Kohleadern findet. Und dann gibt es Momente, wo man nur Eisen findet. Das ist ja explodiert. Äh, unten in der Minenschaft. Achso. Ich hab's hier auch alles in die Luft, ey. Ich hab hier, ich hab hier alles in die Luft zu jagen. Ach, hier, ich hab ne Truhe. Ich hab ne Truhe gefunden. Name-Tag, Leuchtbären. Oh mein Gott. Oha, Name-Tag. Ich hab die Truhe gefunden. Ich hab nen Fletcher jetzt, ey. Äh, das ist ein, äh, hier. Ding-Schmied. Oh, ich hab noch ne Truhe. Mein Gott, noch ein Namensschild und übelst für Lapis und übelst für, und übelst für. Ich hab übrigens Leuchtbären und dann noch übelst für. Also, okay, krass. Also, ich hab übelst gelohnt. Die Kiste war einfach voll. Dann hab ich ja noch Gold. Gold kann man auch immer mit dem. Aua. Das ist dumm. Ich mach kurz bei mir das Licht an. Bis gleich. So. Dann, ich brauch Holz. Ich brauch Kohle eigentlich. Eigentlich brauchen wir jetzt Kohle, wegen Upgrade. Ne, ich hab nen Fletcher. Ja, das... Wir bräuchten da jetzt nur Holz. Das ist ein Pfeilmacher, oder? Ja. Ah, okay. Wir müssen denen auch alle noch Namen geben. Hä? Oh Gott. Perfekt. Elias, bist du noch da? Ich bin noch da. Gut. Nicht, dass ich auf einmal alleine bin. Dann lass uns spinnen. Nein. Aua. 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 Ah, jetzt legt er es aber nicht mehr. Ich glaub, das liegt wirklich an den Spieler. Ja, ja. Ich glaub, ich mängel an den Spielern. Soll ich Eisen mitnehmen? Kannst du machen. Eisenwehr ist immer gut. Gut. Wir werden zwar bald ne Eisenfarm bauen. Das würd ich morgen vielleicht sagen. Dass wir ne Eisenfarm bauen. Aber Eisen ist trotzdem... Egal, ich bau jetzt diesen Kack-Spawner ab. Mach das. EP... Können wir damit... Jetzt ist die Spinne im Weg. Lass mich doch den Spawner abbauen. Jetzt ist er weg. Oh, geil. Jetzt spawnen hier endlich mal weniger Spinnen. Geil. Wo ist der Fletcher? Wir werden uns den nicht springen. Äh, näher vom Hügel habe ich da gebaut. Ach, hier ist der Fletcher. Ja, genau. Oh, okay. Ich hab schon ein bisschen getradet. Sticks. Ah, ja, ich merk's. Ah, gut. Okay, gut. Gut, gut, gut. Gut, gut. Man, die Kisten verbinden sich nicht. Was ist denn das? Hallo. Hab ich auch irgendwie komisch... Ja, genau. ...gemacht. Wenn du in der Kiste verbinden möchtest, musst du zu der gucken. Also sneaken und auf die so platzieren. So neben ihr. Okay. Also ich hab jetzt zwei Name-Tags. Apropos, diese Leuchtbären, ne? Die kann man einfach an Holz anbauen, deswegen. Ähm. Und das ist auch Nahrung. Oder? Ja, ja. Äh, zwar nicht viel, aber... Ja, gut. Ich würd' die einfach hier so mal an so einem Haus, so jede Ecke so ein bisschen platzieren. Würd' die so ein bisschen wachsen. Ähm. Die wachsen nämlich tief und du kannst die einfach... Ich dachte zuerst immer, du musst die an Bäumen oder so platzieren, aber ne, die kannst du einfach auch an Holz oder so platzieren und die wachsen trotzdem. Kannst du an alles anhängen. Ja. Vor allem, die gucken runter. Mhm. Okay, ich hab hier mal ein paar angehangen. Mhm. Was ist das, wenn man die Glocke bimmelt? Dann gehen die alle nach Hause, oder? Äh, ne, die laufen nur panisch herum. Einige gehen dann ins Haus rein, aber sonst passiert nichts. Ah, okay. Kannst du ruhig machen. Ähm, so, was wollte ich jetzt noch machen? Achso, ich wollte noch mal reingehen. Ohne eine Bühne. So, ich hab sehr viel Holz gefarmt jetzt. Sehr viel Holz. Damit wir ein paar Müll jetzt haben. Okay. So. Was macht den Ferdinand schon wieder? Und wir machen jetzt mal ne Baumfarm auch noch. Ne Baumfarm? Ja. Okay. Damit wir besser an Holz rankommen. Ich mach die mal hier so bei der Schlupfung. Mhm. Kannst du mir gleich mal einen Wassereimer holen, so? Ja, ja. Äh, ja, weil... Sonst überlebe ich das ja nicht so. Ja, ich bin schon wieder fast verreckt. Oh mein Gott, ich hab leuchtende Zinnensäcke. Also, Eisen sollte ich das mitnehmen, oder? Elias? Hallo? Hallo? Guten Tag. Hallo? Oh, ich hab lauf es. Wie sie? Ja. Okay, hörst mich. Äh, was war denn gerade los? Weiß ich nicht. Okay. Oh. Ach, die Schluchten sind sowas von fricken hoch. Äh, tief. Na, einmal wolltest du noch. Na, einmal in Wasser einmal. Wir haben das mal so, dass ich so ein bisschen... Ja, meinsch. Wo bist du? Ich bin ja in der Schlucht, äh, warte, wir warten einfach auf, bis ich... Du meinst hier runter. Ja, nee. Hier unten ist genügend Wasser. Ich werde es lange traden. Stimmt, ich hab doch ein Schild. Ich benutze es nie. Oh mein Gott, weißt du, was ich gefunden hab? Nein. So ein Zombie-Spawner-Dings in so einer Höhle, weißt du, in so einer kleinen Box, sag ich mal. Mit solchen komischen Moossteinen. Ja. Achso. Zombie-Spawner. Ja. Ach lol, die Tin-Beutel kann man auch nehmen als Dinges, als Fackeln. Ach lol. Echt? Ja. Also, die kannst du in die Hand nehmen, da leuchten die auch. Ich hab die... Oh mein Gott, hier ist ein goldener Apfel drin. Ich hab aber anscheinend auch diese komische Beleuchtung, diese weiche Beleuchtung oder so an, dass das... ...dann irgendwie komisch ist. Ich hab noch einen Sattel. Ja gut, so viel Krasses ist hier jetzt nicht drin. Aber hier ist ein Charming Book, äh... Mehrfachschuss, okay. So, ich weiß nicht, ob das gut ist. Bei Armbrust ist das. Bei Armbrust? Äh, kannst du drei Schüsse dann schließen. Achso, ja stimmt. Ist dann wie eine Palm-Piles. Ja. Ach stimmt, ja, das war das. Soll ich diesen Moos mitnehmen? Ja, Moos kannst du mitnehmen. Ja, dieses Moos-Stein. Nee, Moos-Stein nicht. Okay. Die haben... Arbeiten... Oh, ich hab Dias. Oh mein Gott. Ich hab Dias. Ich hab nur so einer. Nee, zwei. Jetzt war ein Zwei. Ähm... Der Bot wurde abgeschalten, aber die arbeiten an einem Projekt. Der gute alte Wissen-Bot. Der Wissen-Bot. Der Wissen-Bot. Hab ich gerade einen Hund gehört? Oh, ist ja nicht bloßig. Warum ist ein Huhn in der Höhle? Na, braucht auch Dias. Digga, hier ist einfach ein Hühnchen in der Höhle. Braucht auch Dias? Bei Höhe minus 37 ist hier einfach ein Hühnchen. Na, Moin. Äh, glaubst du, du bist der Einzige, der Dias haben möchte? Ja, ja, ja. Ja, Hühnchen, ich geb dir die Pig-Eggs, den kannst du mitsuchen. Aber 99% der Einnahmen der Dias... Ach, weißt du, was hier wahrscheinlich sein wird? Ein Baby-Zombie. Ist es wahrscheinlich auf dem... Oh, ein Baby-Zombie hat mir eine Potato gedroppt. Okay. Äh, das wird wahrscheinlich dieses Baby-Zombie sein. Aber können die von alleine runtergehen? Okay. Können eigentlich gar nicht runtergehen. Seid ihr schlecht sie runter? Nee. Na doch, wenn du... Äh, also nur, wenn du den Assum killst. Aber sonst gar nicht. Ja, stimmt, stimmt. Alter, mich regt dieser kaputte Eisengolm auf. Ich repariere dich jetzt erstmal. Stimmt, ja, die kann man ja reparieren. Du bringst Eisengolm mit, oder? Äh, ja, eigentlich wollte ich ursprünglich Kohle mitnehmen, aber ich hab jetzt dann doch plus drei Kohle gefunden. Bring aber Eisen mit, wir werden nämlich Eisen brauchen. Ich hab, äh, 19 Eisen. Okay. Es wird dunkel. Ich bin hier aber anscheinend in einer ganz, ganz guten Bodentiefen, äh, Dings. Ah, hier ist Eisen. Ich hab grad verfolgt. Deswegen kann ich das... Was geht denn noch weiter runter? Digga. Oh mein Gott, ich hab eiserne Rüstungen. Wo ist mein Pferd? Wenn... Du... Mehrweg Gegner hast, ist das vielleicht gut, aber ich würde eher auf Durchsporen gehen. Also, nein, eigentlich nicht. Wo ist Ferdinand? Er ist weg. Dies war und ist er nicht. Ferdinand? Ähm... Wo ist Ferdinand hin? Warum ist hier... Cobblestone? Wo? Im Dorf. Wo? In der Mitte. Das hab ich gemacht, damit das schön aussieht. Das find ich aber nicht so schön. Dann machen wir's weg. Okay. Nee, keine Ahnung, kannst du lassen. Mega. Aber ich fand nur, diese... Wenn da so einzelne Grasstellen sind, das fand ich... Das fand ich nicht schlimm, aber gut, okay. Ist mir egal. Ich fand das schlimm. Äh, wo ist ein Pferd hin and... Pferdinand? Pferdinand ist weg. Ah, da oben ist er. Digga, wie kommst du da hoch? Oh, wo ist er? Digga, einfach mal ein neues Leben gesucht. Okay. Wo willst du denn? Ich bin dich jetzt hier an, haben wir eine Leine? Nein, haben wir ja nicht. Scheiße. Wieso haben wir keine Leine? Aber es hat dann was zu trinken, Stroh, kann es aufbekommen... Oh, das sieht jetzt besser aus, die Schlucht. Das mit den Bäumen, was du gemacht hast, sieht jetzt besser aus. Und ich glaub, hier muss ich sogar nix mehr terraformen. Das geht sogar so. Eigentlich ist das nur meine Baumplantage hier. Ja, aber jetzt sieht das schön aus. Das ist schön. Das freut mich. Das ist schön. Jetzt sieht's schön aus. Das ist schön. Das freut mich. Oh, hier sind Katzen. Was sind Katzen? Hier sind Katzen bei unserem Dorf. Ja, ja, die spawnen. Und wir können die Errüstung holen. Echt? Ja. Die Diahose hat schusssicher eins. Und die Diahschuhe haben Feuerschutz eins. Lass mich mal gucken. Ja, ja, kannst du jetzt. Wow, Tatsache. Wow. Ach, Misi, übrigens, wenn du irgendwas brauchst, irgendeinen sinnlosen Trotz, möge es sein, ein Schild oder so. Gerne in die Tür. Wieso? Wieso hast du das so wie Müll? Nein, das ist hier, weil ich gehandelt habe. Achso. Dass ich ihn hochleveln konnte, deswegen. Und wir haben Stärke 1 Bogen. Bei dem Pfeilemacher. Gut. Leute. Leute. Ich würde sagen, das war es für die Folge gewesen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Abonniert, aktiviert die Glocke und, und, äh, um kein Video mehr zu verpassen. Schreibt in den Kommentar. Würde mich sehr freuen. Äh, schreibt mal in die Kommentare übrigens, wie eben das Ferdinand heißen soll. Ob es Ferdinand heißen soll oder anders, schreibt es in den Kommentaren. Haut rein, Leute. Bis zur nächsten Folge. Und, ciao. 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 Ciao.